Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Rollerplay von Minecraft. Wir sind hier im Mesa-Biom, das ich gesucht habe im ersten Part. Ich habe es gefunden, bin aber sehr weit noch Richtung Osten, also es ist nordöstlich, also es ist gigantisch. Wo haben wir aufgehört? Irgendwo hier, scheinbar ungefähr irgendwo hier, wahrscheinlich hier haben wir aufgehört. Und da habe ich noch ein Abonnement Portal gefunden, hier auch. Und irgendwo war noch ein Turm, sehr gut sichtbar. Da ist auch noch ein Abonnement Portal. Hier. Ne, das sind Labos. Ah, hier, genau. Hier habe ich noch einen Turm gefunden. Ich glaube sieben Banner habe ich noch mitgenommen und bin fast gestorben. Ich konnte mich noch hier genau ins Wasser mit dem Boot retten. Und hier habe ich dann gefarmt. Ähm, ich habe das oben noch gefunden, das wurde irgendwie nicht angezeigt. Deshalb habe ich das nicht gesehen und jetzt wird es angezeigt. Also, die Sachen sind wieder hier. Dschungel auch. Sehr wichtig gewesen, weil es keine Dschungel gab in der Farmwelt. In der Nähe vom Spawn. Ähm, ist also sehr weit weg. 9.800 und 6.000 minus. Genau. Jo, jetzt habe ich genug gefarmt. Die schwarze Schalker Box ist auch noch voller. Ähm, roter Sand. Jetzt können wir auch zum nächsten Turm bauen. Ähm, ja, der erste ist noch nicht fertig, das stimmt. Aber da brauche ich, glaube ich, noch Ski für... Ja, ich bin mir noch nicht sicher, also... Genau, wir machen ja ein Einkaufszentrum, wie gesagt, im ersten Part und ein Museum. Wir haben genug zu tun. Beim ersten Turm bin ich mir noch nicht sicher, wie ich oben baue. Ähm, genau, wir brauchen noch vor allem so... Äh, verzierte, ich weiß jetzt nicht, wie die heißen. Gemeißelte rote Sandstern. Genau. Wir müssen das alles korrekt machen. Oben habe ich die, ähm, Kreissäge. Steinsäge einfach. Genau. Wir müssen aber zuerst die Sandsteine kräften. So, scheinbar war auch der Sound noch ein bisschen zu laut. Kann passieren, wenn man einen komplett neuen Pilz hat. Noch nicht so viel in den Soundeinstellungen gemacht hat. So. Ja, und der Pilze ist eigentlich wirklich super. Also, von Legs und so merke ich eigentlich gar nichts mehr. Was man manchmal legen kann, ist einfach... Äh, Java. Aber, ja, ich habe ja auch sehr hohe Einstellungen. Alles, also alles Maximum. So. Also, rotes Sand, rotes Sand, rotes Sand, Ja, wer es denkt, ähm, der rote Sand auch noch. So kräftet man im großen Klang. Dann glaube ich, wie die auch durcheinander gewählt sind, ähm, hingetan werden. So, also einfach jetzt in die Kreise gehen. Also kommen die da. Jetzt noch die anderen. Die brauchen wir ein bisschen mehr. So. Und von denen haben wir noch die. Gemeißel, gemeißel, geschnitten, rotes Sandstein. Geschnitten, geschnitten. Gut, dann haben wir schon mal. Jetzt müssen wir einfach ein paar Sachen hier natürlich in der Ecke wieder abreißen. Der, äh, Turm hat immer Vorrang. Also sind eigentlich alle, die hier rot. Das machen wir zuerst mal hier. So, ähm, da wir unten nicht Sandstern machen. Und ja, hier. Mal die nehmen. So, und der schon. Und sind immer acht Meter. So. Geschnittener, gemeißelt. Alles schön. Alles schön. Ersetzen. Seiten. So, hier auch wieder. Über die nehmen. Wertvoll. So. Was machen wir später? Jetzt gehen wir mal hier runter. So ist der leider nicht. Hm. Jetzt müssen wir überall die Sachen wieder aufnehmen. So. 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 Die da. Hier auch noch machen. Schön ersetzen. Ah, das Schäden herrscht einfach. Wenn wir nicht kämpfen. Ja, ich kann Schäden. Das ist ein Gesetz von Drago. Was nicht nötig ist, muss nicht sein. Ah, da ist es natürlich drum fertig. So. Wieder alles einsammeln. Man muss es nur richtig machen. Bauen ist eine Kunst. Also, der müsste ja manchmal auch zu vordenken. Wie macht ihr es und so weiter. Ja, ist nicht so lang. Aber, jo. Ich habe ja irgendwo auch noch, ähm, ich weiß noch nicht wo. Die größte. Ja, hier schon mal nicht. Genau. Hier auch nicht. Äh. Habe ich die überhaupt noch? Die habe ich ja ausgehauen. Oder mit meinem schwarzen ist ja nichts drin. Jo. Das schwarze habe ich noch bei den Öfen und so. Ähm. Wir tun uns jetzt einfach hier. noch. Irgendwie hochbauen. So. Gut. Jetzt sind wir wieder oben. Oh. Jetzt mal. Nicht falsch platzieren. Bitte. Bitte. Wir müssen schauen, dass es gemeißelte sind. Wieso fallen eigentlich bleiben immer so krumm? Also wieso fallen zufällig die geschnittene, gemeißelte? Sehr gut. Aber ich bin nicht immer zu viel. Das ist einfach zu viel. Die kommen nur ganz Millisekunde und trotzdem in mehrere platziert. Minecraft wird eigentlich noch wie besser als es schon ist. Nein. So kleine Sachen, die müssen vom Entwickler einfach gefixt werden. Es ist einfach diese Faulheit der Entwickler, manche Sachen einfach nicht zu fixen. Das ist ein Spiel zu entwickeln, da braucht es sehr viel zu wissen. Viele ist es im Kopf leicht, aber wenn sie es wirklich machen, dann werden sie es sehen. Jetzt wird es schon lange mal ein wirklich super Editor geben und ich suche schon 20 Jahre nach einem guten Editor. Ja und die sind sehr teuer. Also die können nur Entwickler, die schon ein Spiel entwickelt haben, sich leisten. Da bin ich natürlich noch gar nicht der Neue. So hier ist ja der Meter. Die roten sind immer die Ecken eines Raumes und die anderen sind immer abwesend. Also ich glaube blau ist gerade und gelb ist ungerade. Da habe ich einfach ausgemessen. Der Meter ist jetzt nicht mehr nötig. Jetzt haben wir eigentlich ringsum die Vermessung. Jetzt sind wir schon sehr weit. Wunderbar. Ja und da haben wir natürlich viele andere Spiele auch gebaut. Am besten mal die Serbestellung von Isaitis anschauen. Da wurde noch nicht so viel weiter gebaut. Wenn 1.17 gar nicht so beliebt war scheinbar. Ja. Ja dafür 1.16 war sehr viel beliebter. Zu irgendwelchen Gründen. Keine Ahnung. Weil ich mag 1.17. Ja 1.16. Die Bienen und so die waren gar nicht so interessant. Waren langweilig. Ja. Aber für viele waren die cool wegen den Honigblöcken. Ja. Könnten wir auch mal irgendwie einsetzen. Genau weil ich hier Bienenzucht hatte, mache ich dieses Segment als Honig. an. Also Terrasse. Wohnmässig. Genau. Jetzt müssen wir das hier in Perl. Und hier natürlich die blanken, die geschnittenen. So. Geschnittener. Ähm. Ne. Wohle. Genau. Hier Wohle. Also die Blumen, die lasse ich einfach hier. Die sind natürlich wegen den Bienen platziert worden. Also muss ich rote Wohle wieder haben. Wir haben natürlich eine Schafzucht. Das ist nicht gerade so viele Schafe. Aber jo. Hier ist auch noch weiße Wohle vonnöten. Ich weiß nicht wie Eis die hier ist. Und hier eine Bar. Ähm. Ich glaube ich weiß wo. Ich suche jetzt noch extra Wohle. Ähm. Müsste diese? Nein. Das sind die Spawner. Also man kann wirklich Spawner abbauen. Das sind Babyspänen. Ich glaube das sind Skelette und das sind Zombies. Auch ein paar natürliche Spawner gefunden. Genau hier sind die Wohle. Ja. Wir haben wirklich zu wenig rote. Aber irgendwo in einer Schulkerbox haben wir noch rote Wohle. Hm. Das sind meistens Geschenke von Sweetie Skill. Weil der natürlich viel mehr zocken kann. Ich möchte den 64 nicht nutzen. Müsste unten sein Scheiß. Ja. Schau. Immer diese Schimpfweiter von Dara. Das ist ja unerheuer. Unerhörlich. Äh. Ich frag mich rote Becken. Ja du. Gut. Nehmen wir mal den roten Farbstoff mit. Und dann machen wir rote Schäfchen. Die. 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 Die lieben euch. So schön wie die Menschen manchmal rote Farben. Rote Haare machen. Oder so. Einfach. Also die grauen. Keine schwarzen. Wer hat die Schafe gekühlt? So. Dann rote Schafe. Nur die roten Schafe. Dann rote Schafe. Guck mal. Und welches Schafe noch. Die zwei. So. Ja. Dann brauchen wir eine Schere. Schafe. Genau. Ich hab das Essen irgendwo herangetan. Ich weiß noch nicht mehr wo. Eine rote war's glaube ich. Ja genau. Die falsche. Das ist die Essensküste. Die kann man ja umbenennen. Also ich würde das eigentlich so bald wie möglich machen. Ne. Es war keine normale. Ich glaub das ist die Grundfarbe. Ja. Hm. Haben wir hier noch eine Workbench. Die gehen jetzt hier hin. Oder eins daneben weil wir noch eine Doppelkiste hier haben. So. Eine Schere. Danke sehr. Danke sehr. Können wir alles gleich machen. Werden alle scharfe sehen. Kühe sind leider jetzt momentan Morstenzucht. Ich brauch der Leder. Ich bin natürlich so schnell wie möglich behoben. Ist hier wohl. Jo. Gut. Wir haben ähm. Ja ziemlich viele Sachen im Moment haben. Genau. Weiße Wolle. Und braune Wolle. Also wir haben halt einfach zu wenig Schafe. Aber sobald die Tiere oben sind. Das mach ich dann zwischen einem Part. Mal alle Tiere nach oben. Ähm. Ja. So gut wie es geht. Platzieren. Sich einfach eine breite Treppe machen. Damit die Tiere ja nicht runterfallen. Jo. Das mach ich dann auch noch. Wenn ich Zeit habe. Sonst müssen wir es halt während dem Part machen. Aber das ist ja sowieso. Absinthe Sand. Okay. Jetzt haben wir mehr. Rote Wolle. Rote Wolle. Also ich mach das Gehege sicher noch weiter. Das können wir im nächsten Part dann machen. Ich brauch dafür auch wieder Holz. Ja. Gut. Also ich muss ein paar Kühe schlachten. Auch damit ich wieder Leder habe. Trago ist Tierschützer. Tötet maßenhaft Kühe. Und lässt sie einfach verletzt liegen. Ja. Wenn es um mehr geht würde ich das Abschopfen ausmerken. Ich will nicht zwingend irgendwelche Tiere töten. Leder oder so. Hm. Es gibt ja hier im Real Life ja Leder Ersatz. Ich weiß noch nicht wie das ist. Und was. Und was. Irgendwann spiel ich mal einen Mod der Wecker ist. Irgendwann. Aber er ist dann natürlich auch mehr. zu schauen unter Wolle. Ja. Wir haben jetzt nicht mehr so viel Fleisch. Ich bin von 30. Hm. Ich werde noch mal was mehr schlachten müssen. So. Jetzt haben wir wieder Wolle. Ja. Die tun. Ich relativ schnell wieder. Durch essen. Genau. Ich will noch. Zaubern. Sehr schön. Ja. Irgendwann kommt dann auch Alchemie öfters. Aber dafür brauche ich einfach eine Farm. eine Lohre Farm. Sonst dauert es zu lange. Und ja. Irgendwann steigen wir auf goldene Karotten um. Wenn wir die Zombie Schweine Farm haben. Also scheinbar. Ja. Es ist einfach das nicht verresetet worden. Ist jetzt nicht so toll. Aber ja. Wenn der Server ohne natürlich das will. Dann müssen wir es halt auch. So dolden dass wir die Farmen einfach wieder neu bauen. können. Und dem Spiel hat viel zu wenig um solche Farmen auch effizient bauen zu können. Ich habe ja auf dem Dragodia Server eine Zombie Farm gebaut. Die war sowas von uneffizient. Da brauche ich natürlich noch mehr wissen. Ich bin halt nie einer der so richtig auf Farmen sitzt. Okay. Ein Steak noch. Ähm. Es ist jetzt eine andere. Ja. Okay. Wir haben noch genügend Steaks hier. Aber ja. Ist natürlich schon sehr kostschwierig. So. Dann schauen wir mal. Ähm. Wo ist die schwarze Schulkerbox eigentlich? Ist die oben? Ja. Genau. Hier haben wir noch mehr. Jetzt machen wir die mal rein. Weil wir jetzt gar nicht bauen. die auch. So. Jetzt müssen wir noch ein paar Sachen ins Lager legen. Zum Beispiel haben wir ja Leucht. Also wir haben mal die. Die Loots. Von den Monster. Ja. Also Schweine, Lädel. Also Fleisch. Essen. Fisch. Hier haben wir nichts. Hier haben wir wahrscheinlich auch nicht mehr so viel Platz drin. Ja doch. Grabe Volatier noch Platz. Keramik nicht. Keramik hat hier Platz. So Blaueis habe ich natürlich auch gerne mal gefarmt. Es gibt so viel. Es gibt so viel. Ähm. Eisberg Biome in. In der Farmwelt. Kann man eigentlich immer wieder. Ja. Farm. Jetzt muss ich nur schauen wo das. Ding ist. Leucht. 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 Tinken. Beutel. Hm. Ich weiß es leider nicht. Aber alle verkraftet in blaue Fackeln. Blaue Laternen. Ja. Also das brauchen wir zum Beispiel nicht. Ähm. Ja. Die Sticks. Die Sticks kommen zum Beispiel mal hier rein. Das ist einfach die Kiste wo ich. Den. Ja. Nicht so wichtigen Kömpel drin habe. Und ähm. Das ist ja die Kiste für die Dorfbewohner Sachen. Dann haben wir noch einen Löwenzahn. So. Mobloot Kiste Nummer 2 ist hier unten. Hier. Gut. Jo. Jetzt ist genug Ding. Also hier haben wir noch den Briefkasten. Hier ist aber nichts drin. Jo. Irgendwann müssten wir hier auch noch alles. Vielleicht den Boden. Ich weiß es noch nicht. Was für ein Boden eigentlich schön wäre. Ich würde gerne. Ähm. Einer der Steine nehmen. Aber. Ich weiß nicht. Tufstein gefällt mir gar nicht so. Ja. Ich würde vielleicht ähm. Quarzboden oder so nehmen. Ja. Weil Quarz finde ich immer am meisten. Also Quarz müsste hier sein. Ja. Ja. Also Quarzboden. Ich tue jetzt einfach mal alles Quarz. Ich werde jetzt einfach mal einen Quarz lassen. Als Notfall. Und. Hier einfach das mal herstellen. Im nächsten Part wird wahrscheinlich der Boden schon da sein. Okay. Dankeschön fürs Schauen. Und. Jo. Viel Spaß noch mit anderen Dingen. Auf jeden Fall immer schön fröhlich sein. Tschüss.